Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen diese beiden Wurkos TS10 Modelle vorgestellt. Hier einmal in der weißen Anodisierung mit roten AUX LEDs und hier in der roten Anodisierung mit cyanfarbenen AUX LEDs. Und in dem heutigen Video soll es eigentlich darum gehen, welche Modelle es von der Wurkos TS10 noch so gibt. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann bleibt doch einfach mal dran. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr mir jetzt ein kostenloses Abo dalassen würdet. Danke dafür. Ja, nachdem ich das Video über diese beiden Wurkos TS10 Modelle auf YouTube veröffentlicht habe, habe ich mich abends hingesetzt und mir mein eigenes Video nochmal auf dem Fernseher angeguckt. Das hätte ich besser mal nicht machen sollen, weil mein eigenes Video hat mich dazu animiert oder verleitet, mir noch weitere Wurkos TS10 Modelle zu kaufen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, der Heiko ist völlig durchgedreht. Er hat sich vier schwarze, identische Taschenlampen gekauft. Das ist natürlich nicht so, das sieht nur auf den ersten Blick so aus. Wenn ihr hier mal schaut, habe ich hier zum einen die Messing-Ausführung mit 4000K und grünen AUX-LEDs. Die habe ich direkt bei Wurkos bestellt. Genauso wie die Titanium-Kupfer-Ausführung, ebenfalls in 6000K. Also die beiden habe ich gleichzeitig bei Wurkos im Shop bestellt. Übrigens kam mit der Lieferung dazu noch kostenlos diese Wurkos WK04, 4750 bis 5000K. Was das für eine Lampe ist, das zeige ich euch auch in einem der nächsten Videos. Ich meine, wenn ich die Lampe schon habe, warum soll ich da nicht auch ein Video drüber machen? Ja, die beiden sind dann irgendwann angekommen. Ich war immer noch nicht so ganz zufrieden. Habe mich dann nochmal hingesetzt. Diesmal bei der Ebay-Kleinanzeigen-App geschaut. Ja, da habe ich dann die Titanium-Blue-Version entdeckt. Ebenfalls mit 6000K. Ja, habe ich natürlich sofort zugeschlagen. Und dann hier ebenfalls aus der Kleinanzeigen-App die Titanium-Sandgestrahlte Ausführung. Ebenfalls mit 6000K. Ich habe mir übrigens mittlerweile ein rotes Mikrofon zugelegt. Ich hoffe, die Tonqualität wird ab sofort jetzt besser. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Gerade wenn es um die Praxisaufnahmen draußen, hinterm Haus, wie auch immer, auf dem freien Feld geht, müsstet ihr mich jetzt in Zukunft eigentlich besser verstehen können. Ich würde sagen, ich packe jetzt die vier Taschenlampen mal aus und zeige euch diese mal. Eins wollte ich vorher noch sagen. Es gibt außer den Titanium-Versionen und der Messing-Version auch noch eine TS10 aus Kupfer. Die habe ich leider nicht. Ich finde auch keine mehr. Ich finde keinen Shop mehr außer einen Shop in der Schweiz. Da wird die Lampe noch angeboten. Aber da ist der Preis mir etwas zu hoch. Also von daher den Aufruf an euch. Falls jemand von euch die TS10 in Kupfer zu Hause hat und diese nicht mehr unbedingt benötigt, kann er sich natürlich mit mir gerne in Verbindung setzen. Wir werden uns da ganz bestimmt einig. So, ich packe die Taschenlampen jetzt mal aus und wir hören uns gleich wieder. Ja, so sehen die Taschenlampen ausgepackt aus. Hier die Messing-Version, die gefällt mir auch extrem gut. Sieht richtig edel und hochwertig aus. Ich drehe mal den Lampenkopf zu. Wie gesagt, mit grünen AUX-LEDs. Hier kann man die Farbe nicht verstellen der AUX-LEDs. Da ist es genauso wie bei den Aluminium-Versionen. Die kann man immer nur mit einfarbigen AUX-LEDs bekommen. Hier die weiße zum Beispiel mit roten AUX-LEDs. Bei dem roten Modell hier war es Cyan-farbene AUX-LEDs. Also da könnt ihr die AUX-LEDs lediglich ein-, aus-, blinkend oder nicht ganz so stark leuchtend schalten. Die Farbe kann man hier nicht verstellen. Anders ist das bei den Titanium-Modellen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Wir haben hier Android 2 User Interface. Hier könnt ihr die AUX-LEDs wie gewohnt in vielen verschiedenen Farben einstellen. Finde ich auch richtig cool. Hier haben wir Regenbogen. Da werden die Farben von ganz allein durchgeschaltet. Ihr könnt natürlich auch, ups, nur eine Farbe wählen. Siebenmal drücken und halten. Rot, grün, cyan, blau, violett und so weiter. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich habe euch das ja schon oft genug gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Ja, dann hier auch eins meiner Lieblingsmodelle, Titanium-Kupfer. Sieht auch richtig, richtig edel aus. Schaut euch die wunderschöne Lampe mal an. Ganz, ganz tolles Modell. Sehr hochwertig verarbeitet. Da quietscht nichts. Da knarzt nichts. Wirklich, ja, absolute Top-Modelle der Wurkost TS10-Baureihe. Man kann es nicht anders sagen. Dann haben wir hier die sandgestrahlte Titanium-Ausführung. Sieht so aus. Ebenfalls die AUX-LED ist in den Regenbogen eingeschaltet. Auch hier könnt ihr natürlich die Farben einstellen, wie ihr wollt. Was machen wir denn jetzt mal? Sagen wir mal, Rot sieht auch immer ganz gut aus. Dann hier die Titanium-Blue-Ausführung. Auch sehr, sehr edel, wie ich finde. Bin ich auch froh, dass ich die noch bekommen habe. Wie gesagt, wer eine Kupfer-Ausführung zu Hause hat, darf sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ja, vom Gewicht her, das wollte ich euch heute auch noch demonstrieren oder durchgeben, liegt man nämlich hier bei den Aluminium-Modellen. Also alle Gewichte, die ich euch jetzt durchgebe, sind ohne Akku gemessen. Liegen wir bei den Aluminium-Modellen bei ca. 32 Gramm. Bei der Titanium-Blue-Ausführung haben wir 44 Gramm. Genauso wie bei der sandgestrahlten Titanium-Version 44 Gramm ohne Akku. Ja, dann haben wir Titanium-Kupfer-Ausführung 52 Gramm. Wird jetzt langsam schwerer, ist klar. Kupfer ist schwerer als Titanium. Ja, und die schwerste im Bunde ist natürlich die Messing-Ausführung mit sage und schreibe 72 Gramm. Also über doppelt so schwer wie die Aluminium-Modelle. Ich meine, dass Messing schwerer ist als Aluminium und als Titanium, das weiß man in der Regel. Aber so richtig bewusst wird einem das erst, wenn man die Lampen in der Hand hält und praktisch spürt, wie schwer die einzelnen Lampen sind. Ja, zum Lieferumfang gibt es noch zu sagen, bei der Messing-Ausführung und bei den Titanium-Ausführungen. Ich kann das nochmal kurz zeigen. Ich stelle die mal ein bisschen zur Seite. Da ist nämlich hier so ein Silikondiffusor mit dabei. Das kann man einfach hier so aufsetzen hier oben. Das sieht auch richtig cool aus. Ich mache das gerade mal mit einem der Titanium-Modelle. Machen wir mal bei der. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel dreimal drücken und halten. Ich bin jetzt im Candlelight-Modus. Das wirkt natürlich jetzt im Hellen nicht ganz so wie im Dunkeln. Also ich mache das dann abends oft auf dem Wohnzimmertisch. Da stelle ich drei Stück nebeneinander mit einem Silikondiffusor oder in Reihe, wie auch immer. Da wird halt ein Kerzenschein imitiert. Das sieht im Dunkeln natürlich richtig, richtig cool aus. Probiert es mal aus. Mir macht das extrem viel Spaß. Ja, ich hatte es ja eben schon erwähnt. Android 2 User Interface mit vielen verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Ihr kennt das ja. Ich möchte auf die Einstellung heute gar nicht weiter eingehen. Lenyart ist natürlich auch mit dabei. Zwei Ersatz-Ohrringe sind mit dabei. Das Sicherungsblättchen, das man natürlich vorerst im Betriebnahme entfernen muss. Dann der Edelstahl-Clip ist auch mit dabei. Ja, soviel dazu. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich noch wissen, wie viel die einzelnen Modelle kosten. Ich habe jetzt bei Wurkos mal geguckt. Also da liegt man preislich für die Aluminium-Modelle bei ungefähr 18 Euro. Wer Interesse an den Lampen hat, dem verlinke ich das Ganze natürlich mal hier in der Videobeschreibung. Also wie gesagt, ca. 18 Euro für die Aluminium-Modelle. Der Preis für die Titanium-Blue-Ausführung liegt aktuell bei ca. 43 Euro. Bei der Sandgestrahlten-Ausführung liegen wir aktuell bei ca. 39 Euro. Bei der Messing-Ausführung liegen wir aktuell, ich meine bei 30 Euro. Ich hätte um die 30 Euro, habe ich glaube ich dafür bezahlt. Und Titanium-Kupfer liegen wir aktuell bei 39 Euro, inklusive Akku. Wer die Akkus nicht braucht, der kann die Lampen auch ohne Akku bestellen. Dann kosten die Lampen nochmal ungefähr 2,20 Euro. Um den Streich weniger. Ja, die Preise bei Amazon schwanken derzeit zwischen 20 und 38 Euro. Allerdings habe ich dort nur die Aluminium-Modelle gefunden. Und zwar nur die schwarze, rote und silberne Ausführung. Das wird sich bestimmt auch nochmal ändern. Wie gesagt, wer Interesse an den Lampen hat, dem verlinke ich den Wurkos-Shop und den Amazon-Shop auch mal hier in der Videobeschreibung. Und wer möchte, kann sich da natürlich gerne mal umschauen. Ja, und nicht zu vergessen, wer eine Kupferausführung zu Hause hat, darf sich nicht nur, der muss sich unbedingt mit mir in Verbindung setzen. Weil ich möchte die Lampe unbedingt haben. Wenn ich das hier sehe, dass die ganze komplette Lampe dann aus Kupfer ist, ja das sieht dann auch schon richtig, richtig edel aus. Ja, ich denke das soll es auch mit dem heutigen Video soweit schon gewesen sein. Das war mir ganz wichtig, euch mal die Top-Modelle praktisch der Wurkos TS-10-Baureihe zu zeigen. Also das sind auch Lampen, die gebe ich nicht mehr her. Ich sammle die, die kommen in die Vitrine. Die werden auch nicht großartig genutzt, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin ja auch ziemlich Taschenlampen verrückt mittlerweile. Und habe da so meine Lieblingsmodelle natürlich auch. Die ich eigentlich gar nicht nutze, weil die Lampen mir eigentlich viel zu schade dafür sind. Kennt ihr das? Der eine oder andere wird das wahrscheinlich nachvollziehen können. Naja, ich habe es ja schon öfters auch mal erwähnt. Jeder Narr ist eben anders. Ihr kennt das Sprichwort mittlerweile von mir. Und so ist es natürlich auch mit den LED-Taschenlampen. Und was da heutzutage alles möglich ist und was es da alles gibt, das ist schon phänomenal. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Hobby, gerade wenn man sich da mal intensiver beschäftigt, auch mit dem Android-User-Interface, mit den ganzen Einstellungsmöglichkeiten, was es da so alles gibt. Und ja, ein ganz, ganz tolles Hobby, das man auch im etwas höheren Alter auf jeden Fall auch noch fortführen kann. Ich habe mittlerweile übrigens hier durch das YouTube oder über den YouTube-Kanal viele Leute kennengelernt. Mit einigen habe ich mich mittlerweile schon getroffen. Absolute Taschenlampen-Spezialisten. Da kommt mein Wissen bei weitem nicht gegen an. Das finde ich auch persönlich gar nicht so schlimm. Das, was ich weiß, das reicht mir für mich persönlich auf jeden Fall. Aber es macht schon Spaß, sich mit absoluten Experten zu unterhalten, die genau wissen, um was es da geht. Das ist schon der helle Wahnsinn. Und dadurch lerne ich natürlich auch immer mehr dazu. Wissen, dass ich euch auch weitergeben kann und so weiter. Ja, und ich denke, das soll es mit dem Video der Wurkost-TS10-Familie für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ja, wie gesagt, kostenlos Abo dalassen. Wäre auch ganz lieb. Und ihr hört auf jeden Fall von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.